Mit der Dose hier, um vier. Gangster Jens ist bei mir. Was geht ab? Wir sind hier. Mach mal, das hast du mal gesagt, Mann. Wir sind hier um vier, mit der Dose Bier. Gangster Jens und ich, wir sind jetzt hier. Trinken ein Bier, kein Bock auf die Scheiße, denn jetzt geht's... Kein Bock auf die Scheiße, und am Sonntag haben wir Lust gehabt, denn da waren wir besoffen mit dem Gangster und mit dem Stefan. Doch jetzt sind wir turnt up und haben keinen Bock mehr. Jens, Alter, kein Bock.